Ja! Mann, Mann! Uns ist eben gerade schon wieder das Herz in die Hose gerutscht. Technische Probleme, wir sind bei... Es hat alles funktioniert beim Test. Irgendein Problem hat es gerade, wir müssen es neu laden. Jetzt sind wir doch hier. Und wir sind nicht nur einmal hier. Ja, genau. Wir sind sogar zweimal hier. Aha, das bin ich. Wir sind zweimal hier. Genau. Und hier. Als erstes mal hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hane Kreativ. Ich bin Tanja. Und ich bin Sandra. Und wir zeigen und sagen euch heute alles über Reichsverschlüsse. Jawohl. Das ist auch immer so ein heiles Thema. Gibt es viele Fragen zu? Wir, damit meine ich mich, sind ein bisschen fertig aus, weil wir heute schon viel beschafft haben. Vorab gibt es ein paar organisatorische Sachen, nur mindenmal zum Stichtag, denn dieses Video oder dieses Live ist heute definitiv für alle. Ihr seht auch schon einen Teil des Stichtags hinter uns. Ja. Die Wände. Und dann begrüßen wir auch erst mal, wir haben die schon gesehen, die Nadine ist da, die Helga ist da, die Claudia ist da, die Margot, die Susanne, Annelie, die Namiere habe ich noch vorhin gesehen, ja, Nona, Karoliero aus Österreich, perfekt, das haben wir gewonnen. Monique, Susanne, die Helga hat sich auch nicht gesagt, bei Tanja heute pünktlich, also wenigstens du, eine Tanja war pünktlich. Wen haben wir noch? Claudia, Claudia, genau. Die Nona, und ah, Hallöchen, Margot, Helga, Annelies Gräse, Hallöchen, Christian habe ich auch schon gesehen, Sandra Mayländer, die Chrissy, hi, ich glaube, du hast mir vorhin noch auf Instagram geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, Kudrun, Kreativ bei Jella, hallo, wen haben wir noch? Sabine, Hallöchen, hallo, die Gabi, Hallöchen, mit wunderschönen Sticker, falls du es gesehen hast, die Gabi ist nämlich Kanalmitglied bei dir und hat einen wunderschönen gezeichneten Löwen. Genau, wen haben wir denn noch? Die Doreen, KS, Hallöchen, Sabine, Mausi, Lala, Melanie, Heike, Doreen. Wahnsinn, es fühlt sich hier, ne? Ich lese jetzt nicht alle vor, aber fühlt euch alle willkommen. Ich weiß, ich vernachlässige auch gerade streflichst Nachrichten und Kommentare und so weiter, es wird alles besser nach dem Stichtag übersprochen. Sonst steigt sie mir aufs Dach, weil sie dann mehr machen müsste. Gut, Elvira aus Morlis, ach, krasse Leben an. Das sind keine, ich bin da heute durchgefahren, weil Almus gesperrt war. So sieht es nämlich aus. Gut, was haben wir denn noch? Chrissi hat geschrieben, ob wir ein bisschen aufgeregt sind. Hallo Rebecca, Rebecca, wir sind hier, ja, auch ein wunderschöner Lohr, Lohr, vielen Dank. Ob wir schon ein bisschen aufgeregt sind? Es schwankt so, es ist immer so, es gibt manchmal so Zeiten, da bin ich absolut aufgeregt und denke, oh mein Gott, und dann wieder absolute Chill-Modus. ich bin so zwischen Panik und es mir schwirrt schon. Es schwirrt schon. Ich bin Panik und total relaxed, also irgendwas dazwischen. Hey, wir haben die beste Community der Welt den Tag da, das wird was. Was soll da passieren? Es gab so einen wunderschönen Spruch, was könnte passieren, wo 200 oder 400 Hälften der Hände nicht anpacken können? Das ist immer das, wenn irgendwas ist, wo ich sage, Sandra, was kann passieren, wo 200 Hälften der Hände nicht anpacken können? Ja, gut. Taschgenähert, ach, sehr schön. Gut, dass du sagst, Denise, der Stichtagschubber wird genäht. Wollen wir vielleicht einfach mal ganz kurz, wir haben heute nicht so viel Zeit, Nummer eins, ich finde. Ach, Timo Bell ist auch da, Isabel. Hallo, musst du nicht vorbereiten? Ich weiß ja gerade, du hast mir hier Zeit dafür. Special Stoffe für den Stichtag. Oh, Timo Bell hat, wir haben es ja schon gesehen, die Designs hat uns zu Glück gezeigt, wir sind hier dahin geschwollt, wenn sie ja Designs, die es uns nicht in ihrem Shop gibt. Extra für den Stichtag. Nee, gerade die Tanja. Ja, das ist immer gut. Ich habe bestimmt schon wieder total viel überlesen. Das ist ja auch immer so klein. Genau, ach so, das könnte ich vielleicht einfach mal größer machen, oder Chat im neuen Fenster öffnen. Genau. So machen wir das. Ja. Wir zeigen euch heute zum Thema Reißverschluss, Reißverschlusspaar Sachen, wir hatten auf Instagram, hatte ich gefragt, da waren auch ein paar Fragen, die wir hier mit aufnehmen, wenn Fragen zwischendurch sind. Wenn wir irgendwas überlesen, schreit hier, wir fragen auch noch mal zum Schluss, frage ich noch mal, ob wir irgendwas vergessen haben an Fragen oder überlesen haben, dann bitte gerne einfach noch ein zweites, fünftes, zwanzigstes Mal reinschreiben. und wenn Fragen noch mal im Nachhinein, wenn jemand später dazu kommt, beantwortet, gefragt werden, dann verweisen wir einfach auf den Anfang des Videos. Man kann das ja dann gerne auch nachschauen. Genau. Wenn wir für die, die von Anfang an dabei sind, nicht immer alles wiederholen müssen. Wir versuchen in einer Stunde zu bleiben. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt erst mal noch das Organisatorische zum Stichtag. Da hat es dir, glaube ich, aufgeschrieben, was wir noch... Möchtest du einmal anfangen? Dann werde ich nämlich hier einmal kurz schon mal die Nachrichten schauen, was ich bis jetzt schon überwiesen habe. Genau. Also das Wichtigste, da hat mich Melanie von Tante Poppins draufgebracht, denkt dran, am Samstag jede Menge große Taschen mitzubringen. Da müssen nämlich unsere Stoffhändler keine extra Taschen mitbringen, sondern die können mehr Stoffe für euch mitbringen. Also eigene große Taschen mitbringen, wo ihr dann eure wunderschönen Stoffe drinnen transportieren könnt. Noch mal kurz auf unsere Anke. Danke, Anke. Hallöchen. Hallo, Ulrike. Wir zeigen auch, wie man Reißverschluss einlegt. Ich gehe mal auf die... Ich nehme die Nummer 3. Die Nummer 3. Ja. Ich muss das aber auch sehen. Ich gehe auf die 1. gut. Eine Stunde, ja, da lacht schon jemand. Hallo aus Oberfranken von Hessen. Ah. Schwarz und Hessen. Ja. Das andere, wenn es dann am Samstag um 11 Uhr ist der Einlass, haltet euer Ticket parat, dass, also egal, ob jetzt in Papierform oder auf dem Handy, dass es halt beim Einlass schön zügig und schnell geht, dass wir alle zeitig anfangen können. Genau. Wir haben auch noch eine Kontrolle, da zeigt erstmal kurz, dass das Ticket da ist, dass wir dann schnell einchecken können. Wenn nicht, könnt ihr euch auch noch mal kurz nebenan stellen und das in Ruhe raussuchen. Schön wäre es, wenn ihr es gleich bereithalten würdet, damit wir alle gleich loslegen können. Genau. Genau. Was haben wir noch? Ach, genau. Und an alle VIPs. Ich habe jetzt, glaube ich, hier schon ein paar gesehen. Ja. Also die Näh-Nerds, die Näh-Nerds. Die VIP-Karten. Es wäre vorteilhaft für euch, wenn ihr direkt um elf da seid. Jawohl. Dann habt ihr so die maximale Ausschöpfung eurer VIP-Karte. Genau. Nur als kleiner Tipp. Gut. Ja. Und es ist auch noch mal gefragt worden, wegen dem zeitlichen Ablauf oder wegen den Workshops. Wir hatten schon einen Plan stehen, aber da ist leider genau was dazwischen gekommen. Das heißt, den endgültigen Plan, wie alles abläuft, gibt es tatsächlich erst Samstag. Nicht, dass wir jetzt schon was veröffentlichen und dann müssen wir wieder ummodeln. Also das geht hier alles. Es ist keine große Änderung, aber wir versuchen es uns offen zu halten, damit ihr dann auch wirklich das, was wir sagen, so bekommt. Genau. Aber wenn ihr euch vielleicht, je nachdem, wann ihr anreist, also ab ein Uhr wird es dann den ersten Workshop geben, vielleicht um halb zwei, um eins. Aber so nur, dass für die, die alle Workshop interessiert sind, da wäre es dann günstig da zu sein. Um eins, um ein klein. Genau. Und wer nur auf die Party will, der kommt um ein bisschen. Genau. Also Gabi und Rebecca haben auf jeden Fall schon ordentlich Taschen eingepackt und gut ist das erste Mal im Live-Chill dabei. Das freut uns. Hi. Und ihr alle wollen um elf Uhr schon dabei sein, um nichts zu verpassen. Also wir auch. Ja. Wir freuen uns exorbitant. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, Ja. fangen wir mal zum Thema Reichsverschluss an. Die Sandra hat von sich aus nämlich auch schon hier eine kleine Tüte gepackt. Ja. Was wir euch heute alles zeigen werden wollen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir starten mal mit zu dem Thema, was es überhaupt für verschiedene Reichsverschlüsse gibt, oder? Genau. Dann schalte ich mal hier um, dass wir was sehen. Dann mach das doch noch mal hier ein bisschen kleiner, dass wir auch den Bildausschnitt sehen. Und ich verfolge jetzt hier den Chat und du zeigst das dann ganz nah in der Kamera. So machen wir das. Noch einmal kurz an die Wörtchen, ja? Ich hoffe, ich spreche so richtig aus. Hallo, Romy. Hallo. Hallöchen. Ob wir nächstes Jahr noch mal etwas in der Art machen? Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Vorhaben wir es. Ja. Wir sind da auf die Aussteller ein bisschen angewiesen, dass die zufrieden sind. Und dass es euch gefällt? Ja. Ja. Auster. Sicher. Ja. Also. Nein. Wahrscheinlich schon. Wir gucken mal. Gut. Ich schalte jetzt einmal um auf Ihnen die Nummer 3. Nein. Die Nummer 2. Genau. Hier bin. Hallöchen. Gut. Das sind wir mal weg. Und zack. Ah. Ich hoffe, ich mache mal hier den Chat wieder rein. Ja, genau. Das passt. So. Jetzt. Gut. Gut. Dann fangen wir mal an. Das ist, möchtest du die Tasche zeigen, die du heute nähst, weil da kommt einer von diesen drei wunderschönen Reißverschlüssen rein. Das sind also welche, die kein Endlos-Reißverschluss sind. Das heißt, hier ist schon der, wie heißt das Ding? Ich sage dazu immer Krampe. Krampe. Ja, Krampe. Ich kann die auch Krampe. Metallkrampe. Die Metallkrampe. Genau. Das heißt, der Zipper kam hier hinten auch nicht. Wer jedes Mal bei Endlos-Reißverschluss einfädelt, weiß, was dem Struggle, wenn man hier außerdem zu viel zieht, der kann nicht mitgehen. Die Dinger gibt es übrigens auch bei vielen Shops. Ich habe es nämlich jetzt erst wieder bei Snapree-Schleichwerbung gesehen. Die kann man auch kaufen und in Endlos-Reißverschlüsse reinmachen. Also das ist so die erste Variante. Wie groß ist denn der hier? Das ist mit 20 Zentimeter. Ja, ehrlich. Ja, 20. Und insgesamt ist er 23 lang. Ja, 24. Ja, genau. Und einen von den dreien werden wir heute vernähen. Wir zeigen euch mal unseren Stoff. Wir haben einmal hier so etwas wunderschön Bemaltes von der Sandbeamte. Jawohl. Da habe ich selber so ein Sterra-Blatt. Genau. Und vielleicht seht ihr das nochmal der eine oder andere. Ist das genug Stichtag? Genau. Sag mir das immer. So, dann kommt noch so ein wunderschönes Kunstleder zum Einsatz und das Innenfutter. Genau. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich schon mal unten abstimmen, welchen wir später vernähen sollen. Pink, weiß oder grau. Genau. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Genau. Also in den Chat, welchen Reißverschluss wir dann vernähen sollen. Also zu dem Reißverschluss gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen, außer dass man wirklich toll nähen kann hier über die Zipper und über die Raupe. Ja. Und gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen, Farben und so weiter und so fort. Dann kommen wir mal zum nächsten Reißverschluss. Pink ist auch mein Favorit von Anfang an gewesen. Ja, klar. Was soll ich sagen? Ja. Gut. Dann kommen wir zum nächsten und wir sehen schon das Endlos-Lagen. Das heißt, Endlos-Reißverschluss. Und wir haben hier auch verschiedene Größen von Raupen. Gibt es auch immer, falls ihr euch fragt, wo haben wir denn die andere Größe? Das hier ist die 5, glaube ich. Und hier? Da machen wir mal zu. Und hier haben wir die 3, glaube ich. Ja, genau. Wir haben hier einmal 5 Millimeter und einmal 3 Millimeter. Das ist, was ihr davon nehmt, das werde ich ziemlich oft gefragt, welche Raupe man nehmen soll, ist tatsächlich einfach Geschmackssache. Ich empfehle immer bei großen Öffnungen oder wenn es vorne ist, die 5 bei kleineren Öffnungen oder wenn sie hinten sind, eher die 3 Millimeter. Aber wie schon gesagt, das ist Geschmackssache. Und worauf ihr achten müsst, in manchen Läden, dass die Zipper dazu passen. Also auch die Zipper haben verschiedene Größen, sind dann entweder für die 3 oder für die 5 Millimeter geeignet. Ja. Endlos Reißverschluss, wie der Name schon sagt, ist endlos. Das heißt, ihr könnt selber die Größe bestimmen. Ihr müsst es selber einfädeln. Da gibt es aber auch ganz besondere Tricks und Kniffs oder auch eine Einfädelhilfe. Jawohl. Und was kann man dazu denn noch sagen? Da kann man über die Raupe kann man drüber nähen. Genau. Wenn sie nicht aus Metall ist. Also hier seht ihr, es ist aus Kunststoff. Über Metall kann man auch nähen. Ich würde aber dann empfehlen, eurer Nähmaschine zuliebe, das Handraht zu benutzen. Ja. Das zeigen wir euch später aber auch noch. Was haben wir jetzt noch? Hier, die teilbaren Reißverschluss. Und dann gibt es noch den Teilbarenreißverschluss. Warte mal, lass uns das mal, da sieht man das besser. Endlos. Genau. Hier haben wir den Teilbarenreißverschluss. Sieht aus, als wäre das hier eine Metallraube ist, aber tatsächlich auch Kunststoff. Also den kann man auch schön drüber nähen. Und wenn ich jetzt hier öffne, ist der geteilt. Das heißt, da ist der Unterschied, dass ich ihn ganz aufmachen kann. Hier ist er ja fest. Für Jacken. Ja. Man kann das auch, ja, es gibt Taschen, und zwar da, wo man oben so ein Paneel einnäht. Da kann man, habe ich auch schon mal gemacht, dann ist es halt einfacher, das Einfädeln da ist halt einfach, total easy. Ich benutze den tatsächlich genauso wie so einen Reißverschluss. Preislich machen die sich da auch keinen Unterschied, also keinen großen. Und wenn, es gibt hier immer sehr schöne Modelle davon, und wenn mir eins besonders gefällt, ich hatte jetzt neulich eins, das hatte ich hier so Spitze dran. Ja. Dann benutze ich den wie einen normalen Reißverschluss. Also, ich finde auch gerade bei den Teilbahnreißverschlüssen, da gibt es so tolle, knallige Farben und Farbzusammenstellungen und auch die Raupen. Also das, das ist nochmal richtig schön. Schau mal, Qualitäten. Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt, ich nehme auf die Anzeige. Also, ich habe die Erfahrung Learning by Doing. Ich kann definitiv nicht sagen, teuer ist gut und günstig ist schlecht. Gar nicht. Ich auch nicht. Es gibt auch welche im Teddy aus Medio, die ich toll finde und welche, die finde ich total Schrott. Es gibt aber auch, ich habe auch schon im Stoffladen welche gekauft, wo ich total toll fand und aber auch welche, die total Schrott waren. Also, Qualität ist für mich, nimmt es in die Hand, probiert es aus und das Wichtigste für mich, wie geht es auf und zu. Genau, also ich finde immer, wenn der Siffer schon drauf ist, wirklich einfach mal ein paar Mal hin und her machen, dann merkt man schon, geht das leichtgängig, ruckelt das irgendwie oder ist hier von dem, kannst du das sagen, oder von dem Stoff, ob dann hier was von in der Raupe, geht auch. Hier kannst du es sein. Ja, ob von dem Stoff hier was in der Raupe hängen bleibt oder so. Also, das merkt man. Einfach ein paar Mal hin und her ziehen und dann finde ich, merkt man, ob der einem zusagt oder nicht. Ich kenne also nicht die einzelnen Reisverschlusshersteller, ob es da Qualität unterschiedlich gibt, sondern ich kaufe die halt dann in größerer Stückzahl und auch in unterschiedlichen. Ich kaufe die mal vor Ort, mal bestelle ich, also ich auch. Also, es gibt natürlich so Läden, wo ich noch nie schlechter verarbeitet habe, aber ich würde das nicht pauschalisieren. Ich habe in einer Slingbeck, meine große, habe ich so einen wunderschönen neongelben Reisverschluss und der war teuer, der war wirklich teuer und der ruckelt immer. Ich muss wirklich an einer Stelle, wenn ich merke, oh, er ruckelt wieder, muss ich hier die Raupe reindrücken und dann zumachen und irgendwie ärgert mich das. Es ist nicht schlimm und man kriegt es auch hin, aber irgendwie ist es unabhängig. Ja, ich am Anfang auch durch Sandras Videos haue ich da einfach drüber aus, weil der Geiz dann immer halt eine neue Nadel. Also, manchmal geht es tatsächlich flutsch schön drüber, aber wenn die Nadel halt wirklich ein bisschen blöd auch auf die Kunststoffzähnchen draufkommt, kann die schon mal blockieren. Also, meine Maschine schaltet sich dann sofort, das merke ich, und dann nehme ich halt dann das Handrad. Es gibt jemanden, ich sage jetzt nicht wen, aber auch Bekannten und die wechselt wirklich nach jedem Projekt, die Nadel. Oh. Ich nicht. Und man sollte das auch machen. Also, es ist tatsächlich empfohlen. Man sollte auch einmal im Monat seine Maschine machen. Also, bei der Nadel ist es tatsächlich mittlerweile so, ich höre das. Ich höre, wenn ich, weil meine Maschine, die tackert dann so, und dann mache ich halt eine neue Nadel rein. Genau. So, ich würde sagen. Wenn ein Reißverschluss klemmt, hilft Bleistift. Das Grafit vorne, meinst du, gell? Ob wir noch was sagen zum freiwilligen Testen, sagen wir eigentlich jetzt kurz. Also, wir halten uns an alle gängigen Regeln. Es gibt keine Auflagen, es gibt keine Maskenpflicht. Wer sich testen möchte, würden wir uns natürlich darüber freuen. Es wird aber nicht von uns kontrolliert, und es wird auch nicht von uns verlangt. Genau. Und wenn sich jemand wohler fühlt mit Maske, ist er auch willkommen. Sehr gut. Also, jeder kann es so machen, wie er sich wohl fühlt. Wie er sich wohl fühlt. Das ist wichtig. Gut. Kerzen, Wachs von Kerzen. Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal. Wenn es ein bisschen klemmt, Wachs von Kerzen rein. Ich hatte auch schon richtig gut genommen, es hat auch funktioniert. Ach, das ist eine gute Frage von der Lisa. Wenn, achso, das sage ich auch noch gleich dazu wieder, weil die Frage sonst kommt, den Chat, den seht ihr auch, wenn ihr das Video danach anschaut. Und zwar geht ihr unten, neben der Kanalmitgliedschaft und so, geht ihr unten hin, und da ist, heißt, ist das ein Herzchen, wo Live-Chat ist? Es steht auf jeden Fall dort, dass man sich den Live-Chat dann anseiten kann. Es kann sein, dass es nicht direkt, nachdem dieser Live-Chat beendet ist, Also, es dauert manchmal bis zu ein, zwei Stunden, bis der nachgeladen ist, aber der kommt auf jeden Fall. Gut, aber ich lese die Frage jetzt trotzdem vor. Wenn man bei einer Tasche eine Nahtzugabe hat und dort den Reißverschluss einnäht, wie mache ich dann, dass es genau die Breite der Nahtzugabe hat? Ups, ich bin so gut. Die Breite der Nahtzugabe? Also, wenn die Nahtzugabe hier oben ist und man näht das hier ein. Also, ich nähe tatsächlich immer mit meinem Reißverschlussfüßchen und das ist bei mir eine vorgegebene Nahtzugabe. Und wenn ich merke, dass ich mal ein bisschen näher am Reißverschluss dran nähe oder weiter weg und ein Stoffstück ist dann ein bisschen länger, kürze ich das einfach. Weil ich nähe quasi den Reißverschluss so ein, wie ich am besten damit zurechtkomme und nicht wie eine Nahtzugabe, das mir vorgibt, wenn meine Maschine halt lieber eine größere, dann ist es, so mache ich das. Aber es gibt tatsächlich, gerade im amerikanischen Raum, wo dann gesagt wird, das muss dann, was weiß ich, mit 0,25 Zentimeter soll der Reißverschluss angenäht werden oder mit 0,5 Zentimeter. Das heißt, da ist die Nahtzugabe da drin. Ich nähe das tatsächlich, wie es meine Maschine mir vorgibt. Ich hatte auch mal die Frage, ob man ein Reißverschlussfüßchen braucht. Nein. Nee. Theoretisch nicht. Ich meine, das ist halt wie jetzt mit dem Einfachkalme, dieser Nahtzugabe oder mit diesem Einfädler vom Zipper. Es macht das Leben halt ein bisschen leichter. Ja. Es geht aber halt auch genauso ohne. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Andrea. Oh. Die Sandra Meiländer hat verschiedene breite Füßchen. Ah. Ich habe nur eins, aber genau, das gibt es auch, dass die verschiedenen sind mehr Leisten. Okay. Was ist da los? Moment. Ich nehme die Nummer 3. Es geht noch. Es geht noch gut. Die sind halt irgendwie verschwommen. Ich glaube, das ist durch diesen blöden weißen Hintergrund. Das kann sein. Ja, okay. Gut. Teilbar, nicht teilbar. Es gibt Endlos. Es gibt verschiedene Rauben. Es gibt verschiedene Kunststoffe und Metall. Längen. Es gibt verschiedene Längen. Klar. Zipper. Du hast auch ein paar Zipper mitgebracht. Ja, guck mal. Auch die sind natürlich verschieden. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Nicht jede Zipper passt auf jeden Reißverschluss. Meistens, wenn ihr einen Reißverschluss kauft, gerade bei Endlos-Reißverschlüssen ist es eigentlich immer, also ich kaufe da meistens mal nicht mehr fliegen. Darf ich das sagen? Und da sind auch immer diese Bock gleich, die passen dann dabei. Genau, das haben wir auch. Es gibt Charms. Ach, genau, die man sich dann hier so schön an den Reißverschluss dran machen kann. Ich finde das richtig steil. Ja, da gibt es jetzt Buchstaben, habe ich jetzt bei einer Slingbag verwendet. Es gibt Eis, Musiknoten, also gibt es ganz verschiedene Sachen. Denkt dran, bei den meisten Herstellern, wenn ihr irgendwo so einen Charm kauft, dann ist nicht so ein, da fehlt noch so ein kleines Ringchen, so ein kleines Poppelteilchen. Das muss man sich immer extra kaufen, aber das gibt es in so einem Zehnerpack oder so. Das sind Charms, da kann man es einfach noch ein bisschen verschönern, den Reißverschluss. Reißverschluss-Stopper haben wir auch schon gesagt. Das heißt, das sind diese Metallteilchen, die kann man sich auch separat kaufen und das auch an einen Endlos-Reißverschluss machen. Sieht professioneller aus. Ich nähe beim Endlos-Reißverschluss eigentlich immer drüber, du auch. Ja, genau. Das haben wir auch. Und dann vielleicht noch ein paar Tricks zum Thema Reißverschluss einnähen. Du kannst dir was sagen zu Taschen, wobei das funktioniert genauso auch bei Kleidung. Ja. Und ich sage was zum Thema Kleidung. Ja. Ja, also wenn, Huch, Moment. Ich gucke mal, was ihr geschrien habt. Ja. Die Lüder. So. Also, viele haben ja wirklich Probleme, dass dann der Reißverschluss auch hier oben hält, da, wo man ihn einnähen möchte. Ich benutze mittlerweile am liebsten Wonderclipse, aber wenn ihr Anfänger seid und wirklich Probleme habt, dass der Reißverschluss sich hin und her bewegt, dann nehmt dieses doppelseitige Klebeband, dieses Stylefix oder Wondertape heißt das, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, Wondertape ist wieder sonst eine Blübegriff. Also einfach so ein doppelseitiges Klebeband. Das könnt ihr dann auf den Reißverschluss draufkleben und dann den Reißverschluss quasi genau hier in... Ja, zeig das mal bitte da. Äh, ich nehme mal was. So, also ihr klebt euch dann quasi ein Streifen hier oben im Blank. Es muss auch nicht durchgehend sein. Was ich noch empfehlen kann, wenn ihr das macht, macht es nicht unbedingt da, wo ihr auch reinnäht. Da kann die Nadel manchmal verkleben. Und das klebt ihr dann auf den... In dem Fall wäre es ja so. Ich gucke mal, man sieht, es muss noch ein Stück runter. Ja, genau. Also ihr habt es hier drauf und dann würdet ihr das einfach hier so an den Stoff entlang kleben. Ich mache das bei Kunstleder ganz gerne. Ja. Also dann bleibt der Reißverschluss halt da und kann sich nicht mehr verschieben unter der Nähmaschine. Und das habe ich am Anfang wirklich immer gemacht. Und ihr könnt auch, falls ihr euch da mal mit dem doppelseitigen Klebeband eine Anti-Glou-Nadel gibt, ist es noch. Oder halt wirklich das Klebeband so hinkleben, nicht da, wo ihr lang nehmt. Wie Tanja eben gesagt hat. Genau, ihr müsst also auch nicht am Stück. Ihr könnt noch ein paar kleine Schnipselchen dran machen. Soll ja nur so ein bisschen heften. Wer hat das jetzt gerade geschrieben? Die Chrissé. Anti-Glou-Nageln, genau. Und irgendjemand hat uns gerade geschrieben, dass es auch diesen Klebestick gibt. Ich habe es da irgendwo gesehen. Ach ja. Wo der Kleber dann irgendwie wieder verschwindet. So einen temporären Klebestick oder sowas. Die Tina verwendet ihn. Genau. Damit habe ich tatsächlich noch nicht gearbeitet mit diesem... Ich besitze auch keinen. Aber ich habe ihn schon oft gesehen bei der Nastia und der war immer... Ja. Das ist, glaube ich, eine Erleichterung. Ich werde mir mal einen zulegen. Die Nadine benutzt den Prim-Klebestift. Da bleibt dann auch die Nadel nicht haften. Super. Habe ich noch nicht ausprobiert. Müssen wir es tatsächlich mal ausprobieren. Ja. Prim. Genau. Und was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr benutze, sind Stecknadeln, um mir meinen Reißverschluss da dran zu machen. Weil ich finde, wenn Stecknadeln im Reißverschluss... Kannst du mir gerne einen... Genau. Du steckst mal einen an und wir zeigen es dann mal in die Kamera. Gibt nämlich schon eine unschöne Sache. Genau. Weil das wird dann so uneben und wobbelig. Wobbli, wobbli. Ja, das Ding ist, wenn man das feststeckt und näht, ich finde dann, beim Nähen hat man dann zum Schluss am letzten Ende immer ein bisschen mehr Reißverschluss, als man irgendwie wollte, durch diese Hückel, die sich entwickelt. Schau, diese habe ich direkt die Nummer zwei gemacht. Ich nehme die Nummer zwei. So. Seht ihr diese Hückelchen hier? Ja. Man kann es schon machen, aber ich sage mal, gerade wenn man Schwierigkeiten hat mit Reißverschluss einnähen, wenn man Anfänger ist, dann ist es schon schöner, wenn man das nicht hat. Wenn man kein Anfänger mehr ist und das schon öfters gemacht hat, dann macht das natürlich nichts aus. Oder kein Monk ist. Oder kein Monk ist, ja. Ja, also manche sagen ja auch, passt so. Ja. Das geht natürlich auch. Aber deswegen, das hat mich am Anfang immer gestört, wenn ich mit den Nadeln das gemacht habe, dass ich dann, bevor ich es unter die Maschine gelegt habe, diese Hückel und diese Huppel hatte. Und das hat meinen Monk halt wirklich, ja. Der Romy ist gerade eingefallen, dass er ja auch so ein Klebestritt hat und es öfters mal benutzen könnte. Ich hatte tatsächlich auch erst vor kurzem gesagt, da hast du doch irgendwas, was dir das Leben erleichtert. Und dann hat man es irgendwie da und muss es erst mal lernen, dass man es dann auch wirklich immer benutzt. Ja. Meistens, wenn man es dann benutzt, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, wie es ohne war. So, der Klassiker. Gut. Ein Tipp für die ganzen Kleidung näher, die jetzt nicht mit Webware nähen, sondern mit einem elastischen Stoff. Das heißt, ich sage mal, oft bei Kinderanzügen zum Beispiel, hier der Jolly Chamba etc. Wir sagen hier übrigens alles Werbung. Ja. Nicht bezahlt, aber wir nennen halt einfach Sachen. Also der Jolly Chamba zum Beispiel oder irgendwelche anderen Anzüge, wo man von einem Reißverschluss reinnehmen muss, dann hat man ja den starn und steifen Reißverschluss. Man hat aber den schönen, dehnbaren, elastischen Stoff. Das kann einen schon mal an Rande der Verzweiflung bringen, gerade als Nähanfänger oder wenn man den Nähfüßchendruck nicht verändern kann. Ich kann das nämlich, glaube ich, nicht mit meiner Maschine. Falls ja, bin ich da einfach noch zu doof für. Und deswegen gibt es einen Trick. Die Sandra hat jetzt hier so ein Kantenband mitgebracht. Es geht aber auch jegliches Vlies. Ich nehme immer die H250 zum Beispiel. Es sollte jetzt kein Volumenvlies natürlich sein, aber etwas, was verstärkt. Und das schneidet man sich dann einfach in der Länge vom Reißverschluss zu, auch nicht zu breit natürlich, und bringt es wie so ein Kantenband dann eben an sein Nähstück an. Das heißt, dann wird da an dieser Stelle der elastische Teil fest. Genau. Den sich nicht mehr, dann kann man perfekt den Reißverschluss einnehmen. Genau. Das ist ein super wichtiger Tipp. Irgendwas mit Samstag noch kaufen, sehe ich gerade. Helga, sagst du noch mal, was kann man am Samstag kaufen? Ich habe es nicht... Ach so, den Klebestift vielleicht? Also wenn dann bei Kurzmordern... Ja. Also unsere Händler bringen wirklich viele tolle Sachen mit. Ist möglich, aber wissen tue ich es nicht. Ich habe auf jeden Fall Primm-Sachen dabei. Gut. Ich... Ja. Haben wir noch hier Fragen? Gibt es denn Fragen bisher hin? Ich schaue mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Kantenband, Metall... Ach! Es gibt noch eine Verlosung am Schluss. Ach, es gibt noch eine Verlosung. Ich habe den verkehrten Reißverschluss. Hallo. Wie kann ich denn noch? Am Sachsen wäre das nicht gerecht, also ich pinke weg rein. Fast hätte ich grau eingenäht. So, ich nehme die Nummer 3. Jetzt aber. Ja. Und die Nummer 1. Genau. Also, und jetzt noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr das in euer Stoffstück einnähen wollt und der Reißverschluss wird dann mit den Zähnchen nach unten auf den Außenstoff gelegt. Wenn ich das nun so unter die Maschine lege, ich fange jetzt noch nicht an, ich will euch das nur zeigen, dann ist mein Zipper hier am Anfang und der stört. Das heißt, ich müsste ihn aufmachen. Ich persönlich finde es aber schöner, wenn ich den Reißverschluss einnähe, dass er zu ist. Das heißt, die erste Naht, die ich setze, ist immer, dass ich den Reißverschluss quasi vom Ende aus mit der ersten Naht einnähe. Dann ist der Reißverschluss am Stoffstück schon mal fixiert und ich habe den Zipper nicht am Anfang der Naht bei meinem Reißverschlussfüßchen, sondern erst dann am Ende und da kann ich den dann hin und her bewegen. Das ist also wirklich, was ich immer mache. Magst du mal den Reißverschluss vielleicht zeigen, den Reißverschlussfuß? Ja. Vielleicht kennen den ja einige nicht. Das ist hier, also ich kann ja auch noch mal den normalen zeigen. So. Kannst du mal rausnehmen vielleicht? Ja. Dann halte ich mal in die Nummer 2. Bist du mal da? Genau. Du kannst ein bisschen was dazu sagen, wenn du möchtest. Schau mal her. Also hier haben wir jetzt den Reißverschlussfuß. Hier ist der normale Fuß. Was natürlich gleich auffällt, ist, dass er schmäler ist hier unter Fuß und man kann ihn entweder hier einklipsen oder an dieser Stelle. Ja. Wichtig ist, warum er hier so einen schmalen Fuß hat, ist, damit er schön entlang an der Raube entlang kleidet. Auch nicht wundern, du hast auch schon die Frage bekommen, warum er denn so lapprig ist. Das muss so. Das muss so, genau. Okay. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Was gibt es noch zu dem Reißverschluss? Was musst du sagen? Es gibt, je nach Präferenz, wie man das gerne möchte, kann man den, wo ist es hier, den Rand von dem Reißverschlussfüßchen, dass der auf der Raupe liegt oder aber neben der Raupe. Je nachdem. Und da kann man dann nämlich auch die Nahtzugabe quasi variieren, wie man den Reißverschluss einnäht. Kann ich aber gleich hier unter der Nähmaschine nochmal zeigen, was ich meine. Genau. Das machen wir nochmal. Genau. So, dann einmal das. Reißverschluss. Und wie gesagt, eben, man kann den, Moment, so oder so. Also einmal kann ich hier lang die Raupe führen und einmal auf der anderen Seite. Je nachdem, wie ich das gerne möchte. Das kleine schwarze Rädchen, meinst du, an dem Nähfuß. Damit ist tatsächlich auch ein Höhenausgleich. Falls du den an den normalen Nähfuß meinst. Und ich habe jetzt hier den Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten auf meinen Außenstoff gelegt. Und wenn ihr euch noch unsicher seid, dann näht jetzt einmal drüber. Wenn ihr schon sicherer seid, dann sandwich das Ganze. Sprich, macht euren Innenstoff mit hier drauf. Ich zeige das aber jetzt einmal so, dass man sieht mit dem Reißverschlussfüßchen, wie das an der Raupe entlang geht. Normalerweise sandwiche ich immer. Also ich nähe immer Außenstoff, Reißverschluss, Innenstoff in einem Rutsch zusammen. Ja. Helga, mit dem Höhenausgleich bei mir auch nicht. Du kannst mal gucken auf meinem Kanal. Da gibt es ein Video. Meine liebsten Nähgadgets. Und da ist auch der Höhenausgleich dabei. Und tatsächlich, wie kam ich ohne aus Taschen, harte Knuppel bei Kleidung. Ja, oder bei Nahtübergaben und so weiter. Oh mein Gott, es ist so, so sauber. Ich zeige auch in dem Video den Unterschied, den super krassen Unterschied zwischen vielen Lagen und nicht. Also schaut da mal rein. und so ein Ding kostet 3 Euro. Also es ist wirklich nicht teuer. Ja. Und hat mal Leben verändert. Also guck da unbedingt mal rein. Claudia ist jetzt stolze Besitzerin einer W6. Ja, mein Schätzchen ist ja auch eine W6. Miss Kohlselena hat sich heute eine neue gekauft. Ich habe gedacht, hätte sie ja noch mal ein paar Tage waren können, hätte sie Rabatte gegeben. Genau. Oh, Moment, was habe ich jetzt hier? Warum? Ah, okay. Moment. Also natürlich hier mit Geradstich arbeiten. Also man kann jetzt nicht mit einem Zickzackstich oder so bei dem Fuß arbeiten, da würde man dann drauf nehmen. So, sieht man das so, ja, ne? Ja, die Nadine hat recht, Höhenausgleich ist ein Game-Changer. Der Karl auch, kann ich euch sagen. Na, jetzt hänge ich hier. So, Vorführeffekt. Ich hänge an dieser Kramp. Also, ich nähe am liebsten so, dass mein, haben wir mal einen Stift oder sowas, dass ich nicht mit meinem Finger, sondern genau, dass, irgendwie finde ich, sieht man das nicht richtig, oder? So, sieht man das so besser? Seht ihr das gut? Können wir gerne in die Kommentare schreiben, ob das Bild so passt, dass ihr was erkennt. Ja, also, dass der Rand hier von meinem Reißverschlussfüßchen, dass der hier bei mir auf der Raupe liegt. Und somit wird jetzt meine Nadel fast direkt neben der Raupe entlanggeführt. Ist so komisch, eine andere Nähmaschine nähen zu können. Da höre ich, also, bei meiner, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, man hört ja wirklich immer so, jedes, jede Macke und jeden, das klingt ganz ungewohnt für mich. Ich möchte das jetzt hier nicht machen. Ich zeige euch das dann gleich noch bei der anderen Naht, dass man halt, wie gesagt, dieses, die Kante hier von dem Füßchen, dass die neben den Zähnchen liegt. Okay, also, ich nähe das jetzt erstmal zu Ende. Hier fragt jemand, dass er auch mit einer W6 liebäugelt und ob man zu dieser Marke rät. Also, ich kann dir zu Juki raten, weil ich Juki lieb. Du kannst, also, wenn ich mir nochmal einen kaufen würde, dann wäre das eine Industrienähmaschine von Juki. Allerdings ist die Preisleistung von W6, W6 ist noch im unteren Preissegment. Das sind, die haben auch Hochpreisige, aber meine Maschine, die mich schon so lange begleitet, die hat gerade mal 400 Euro gekostet. Und das ist ein Schnäppchen für mich. Also, von daher, ne? Die Helga sagt es gerade, die ist so leise. Ich mag, wenn es radert. Also, ich finde es jetzt auch gerade sehr unangenehm leise. Ich denke, hä, ist die an? Irgendwie näht die nicht? Ja, das ist schön. Die hört sich immer so leise bei mir an. Und wenn sie andere Geräusche macht, dann ist es nicht richtig. So, und wenn jetzt hier, da kann ich jetzt nicht lang gehen, wenn mein Reißverschluss huppelt hier, dann einmal die Nadel im Stoff lassen, Füßchen hoch machen, den Stoff ein bisschen drehen. Okay, dann könnt ihr nämlich den Zipper hier an der Naht entlang ziehen. Und jetzt liegt der Reißverschluss, das Ende vom Reißverschluss wieder gerade auf dem Stoff. Und noch kurz was zu der Diskussion, welche Marke. Ich kann ganz, ganz klar empfehlen, geht in einen Laden vor Ort, unterstützt dann auch den Laden und kauft die dann auch da und nicht im Internet. und probiert einfach mal aus, mit was kommt ihr klar? Was braucht ihr überhaupt? Näht ihr viele Klamotten? Näht ihr viele Taschen? Wollt ihr vielleicht noch was mit kleinen Buchstaben sticken? Braucht ihr zig verschiedene Zierstiche oder nicht? Und setzt euch ran und probiert aus, ob ihr damit klarkommt oder nicht. Wäre so mein Tipp. Ja. Ich habe schon gesagt, ich würde nicht wechseln. Ich bin zufrieden, aber vielleicht, wenn ich mit einer Bernina angefangen hätte, dann wäre ich vielleicht auch zufrieden und würde nicht wechseln wollen. Also, ja. Genau. Und dann nähe ich jetzt auch gleich den Innenstoff hier noch dran. Und den lege ich ja dann mit der rechten Seite nach unten hier an die obere Kante auch bündig an. Und natürlich auch so, dass es hier auf der Seite bündig ist. Nicht, dass ihr euch das jetzt hier irgendwie so übersteht, dann passt es halt nicht mehr. Also, ich mache das gerade mal fest hier auch. Und ich arbeite halt wirklich am liebsten mit den Clipsen. Kreativ Bayella hat gerade noch was Witziges gefragt, wie wir auf die Idee gekommen sind, den Stichtag zu feiern. Sehr lustige Geschichte. Ich wollte irgendwie schon mal so ein kleines Treffen machen. Ich dachte, so bei uns in der Scheune, so Typ 20 Mann. Genau. War immer so mein Gedanke, dass ich irgendwie die Leute mal kennenlernen möchte. Und dann waren wir nach einem Live am Freitag, habe ich mal so gefragt, Mensch, wie werden eigentlich so ein Treffen? Hätte da irgendjemand Lust drauf? Und dann kam, ja, 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 ja. Da hatten wir die 20 schon voll. Am nächsten Tag waren wir in einem Stoffladen und da zählt uns unsere liebe Frau Sonntag. Ja, sie war jetzt auf einem Event, das war so toll und hier und da und es kommt super gut an. Und Sandra und ich schauen uns an und wir wussten, ja, machen wir das. Und es war vor, wir haben gerade geguckt vor vier Monaten. Da haben wir den in den Schluss gefasst. Ja. Und in drei Tagen ist es soweit. Ich weiß aus. Also so sind wir zum Stichtag gekommen. Einfach, weil wir Lust hatten, euch kennenzulernen und wir gesagt haben, wie schön es doch ist, weil man sich austauschen kann. Wir hoffen, dass jeder so ein Nähbuddy findet, wie wir es sind. Und es wurden auch schon Nähbuddies gefliegt. Ja. Unabhängig davon. Ja, genau. Okay. Dann ansonsten unbedingt Testen vorm Kauf, finde ich auch. Es gibt jetzt auch Firmen, die tatsächlich, wo man eine Nähmaschine zu sich holen kann, und ein paar Tage auslösen kann. Müsst ihr einfach mal gucken, welcher Laden sie bei euch in der Gegend sowas anbietet. Da haben wir einen guten Entschluss gefasst. Das stimmt. Also es wird sich ja noch zeigen, ob der Entschluss so gut war, gell? Aber bis jetzt fühlt sich der Entschluss sehr gut an. Ja. So. Und was ich, können wir das jetzt mal ganz kurz groß machen? Ja, natürlich mache ich das groß für dich. Wunderbar. Nehmen wir nur mal ein. Jetzt ist ja mein Teil hier quasi auf der linken Seite. Dann wende ich nun beide Stoffe, dass ich Außenstoff und den Innenstoff hier auf der rechten Seite habe. Und dann mache ich mir meinen Reißverschluss zu. Und dann... Eigentlich bügeln. Aber sie nimmt immer Kunstleder, damit sie sagen kann, ich kann jetzt hier leider nicht bügeln. Dann kann hier... Mach mal das. Ich mache die Nummer zwei. Jawohl. Und dann zeigt mal, das ist prädestiniert. Man kann hier einfach mit einem ganz normalen Kantenformer, wo man sich so Ecken ausgültet, und dann kann man hier drüber streichen und somit halt die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen etwas wegmachen. Bügeln geht natürlich auch. Aber guck mal, ich habe da Kunstleder und beschichtete Baumwolle. Also hey. Ich würde empfehlen, also das mache ich zumindest immer so. Mir ist es schon tausendmal passiert. Dass ich hier nähe und nicht genügend den unteren Stoff straff ziehe. Und dann näht man sich nämlich ganz gern mal so eine Wulst hier rein. Ich weiß auch, ob man das jetzt sieht. Und dann kann es nämlich sein, dass man den Reißverschluss nicht mehr aufkriegt. Ja, man muss auf jeden Fall auftrennen, weil es auch schön aussieht. Deswegen wirklich auch immer gucken, wenn ihr dann an der Maschine seid und näht, dass ihr den unteren Stoff genügend Spannung drauf habt, dass sich da oben nichts bildet. Gut. Ja. Ja, Claudia, ich habe ja auch die W6N5000 und mein automatischer Fadenabschneider. Ich habe sie einfach zu oft benutzt. Es funktioniert nicht mehr so. Aber das ist nicht schlimm. Ich komme mit Recht. Ach, der Name, YX. Ich warte. Ach, ja. Ich habe den Arm ausgedeckt. Es tut mir so leid. Auf jeden Fall sagt das, ihr Mann sagt, dass die heute so gechillt sind. Ich weiß nicht, ob so die Ruhe vom Sturm ist, ob wir, aber ich bin super tief und entspannt. Ich auch. Also ich freue mich. Wir haben auch gesagt, ich weiß noch, wie aufgeregt ihr vom ersten Live waren. Oh Gott, das war so fürchterlich. Oh Gott. Gezittert. Und heute haben wir gesagt, ach, wie schön, heute Abend ein spannendes Live. Weil ihr es uns ja auch so leicht macht. Ja. Also ihr kommuniziert so schön mit uns, das macht so viel Spaß. Also deswegen, ich bin gerade total entspannt. Ich bin auch. Ich freue mich jetzt, mit euch ein bisschen zu quatschen. Wir können ein bisschen nähen. Morgen bauen wir auf. Ja. Morgen gehen wir in die Location und da wird aufgebaut. Wo ist es schon voll? Also was da reingeht, ich sage es euch. Und was haben wir schon massenbewegt? Was haben wir schon hierher geholt? Und was werden wir dann alles noch in den Lockschub bringen? Also es ist schon Wahnsinn. Also wer eine Diät machen möchte, ich kann nur sagen, sechs Kilo. Also es ist super. Es zehrt. Es zehrt. Katrin. Katrin. Genau, Katrin aus Oberfranken. Ach genau, Oberfranken. Ja. Wir haben tatsächlich extrem viel Sekt und wir wollten eigentlich auch einen Sekt trinken und haben dann gesagt, wir müssen morgen fit sein. Wir müssen morgen essen. Also für uns ist morgen der größte Tag. Ja. Und deswegen haben wir es jetzt nicht gemacht. Ich weiß, total untypisch. Es tut uns leid. Wir trinken entweder am Samstag zusammen oder dann beim nächsten Live. Es gibt auch eventuell, also ich hoffe, dass es nächste Woche Mittwoch ein Video gibt. Wir wollten es eigentlich davor abdrehen, aber es kam nicht mehr dazu. Es ist nämlich mein Geburtstag am 30. Und da gibt es auch eine tolle Verlosung. Und jetzt hoffe ich, dass ich das Video dann auch online kriege. Ja, stimmt. Nix Woche Mittwoch. Wenn nicht, gehe mal spontan live. Würde es auch. Wir schauen mal. Also drückt uns die Daumen. Es ist noch nicht sicher, ob nächste Woche ein Video kommt. Das wäre das erste Video der Mittwoch, wo ein Video ausfallen würde. Gut. Stoffe am offenen Ende mit Klipp zusammenhalten. Dann hält er unter der Stoffbisse. Gute Idee. Das stimmt. Mache ich auch oft. Was haben wir denn noch? Also jeder, der Sekt hat, Brust. Wir haben ja auch was drin hier. Wir machen jetzt bei jedem Anstoßen immer Stichtag. Stichtag. Gut. Und zwölfter Geburtstag. Ich hatte gestern noch einen Geburtstag. Also nicht meiner, sondern meine Tochter hat immer eine Woche vor mir. Da haben wir gestern noch gefeiert. Aalteistickerei am Samstag. Ja. Da ist es, ich glaube, die ist auch mit am größten Leuten verleten. Und man kann jede Menge Sachen ausprobieren. Ich habe voll, dass sie dann mit der Monique telefoniert. Es wird sehr toll. Ich glaube, Coverlock hat sie dabei. Overlock, Stickmaschine. Wenn ich jetzt alles noch richtig im Kopf habe. Man kann einiges ausprobieren und testen. Ja. Das mag ich ja besonders. Mich würde mal interessieren, ob sich mal ein Mann unter die Stichtag-Time-Annehmer gewagt hat. Also wir haben Tickets mit Männernamen. Aber es kann ja auch sein, dass man irgendwie über einen Mann bestellt hat. Wir lassen uns überraschen. Ja, wir lassen uns überraschen. Gut. Deine Tochter hat am 25.8. Meine am 23. Und ich am 31. Ich merke es ja immer ganz einfach. Es ist Lady Dice-Todestag. Ja, genau. Ja. Sie sind da und müssen helfen. Kinderarbeit ist es nur, wenn man zahlt. Also ihr seht meine Töchter tatsächlich als allererstes am Stichtag. Denn die sind am Eingang kontrollieren, ob eure Tickets schon parat hat. Und die andere ist dann auch, was sie denn nehmen. Die seht ihr. Deine Tochter hat auch morgen Geburtstag. Ja, ich kann sagen, im Moment, morgen ist es schon Jungfrau. Das ist eine tolle Angelegenheit. Hallo. F10. Gut. Dann mach doch mal weiter. Ja, du musst hier Kamera. Sag doch gleich, du kriegst die Nummer zwei, drei. Sag ich doch. Genau. Und wir sind auch dabei. Mein Stoff liegt jetzt so von den Reißverschlusszähnchen weg. Und da hier mein Zipper am Anfang ist, mich das aber, wie gesagt, am Anfang stört, mache ich nun meinen Zipper nur so ein bisschen auf. Ich mag das nicht, wenn ich ihn ganz aufmache hier am Anfang. Das lappert mir da so rum. Das möchte ich nicht. Und jetzt einmal noch hier entlang nähen. Meistens ist es so, dass ich bei dieser Naht, die ja hier außen nur ist, gar nicht am Anfang und am Ende verriegele, sondern in einem Rutsch durchnähe. Weil das Anfang und das Ende wird ja dann in die Seitennaht mit eingenäht. Also hier mache ich es nicht. Ganz kurz zur Susanne. Am 31. 29 ist nur das Alter. Jedes Jahr kann man sich super einfach merken. Ich werde jedes Jahr 29. Am 31. Geburtstag. Und wir müssen mal Helgas Mann ganz lieb grüßen. Hallo Helgas Mann. Er wäre nämlich auch gern gekommen. Es gibt ja ein Ticket, eine Happy Hour, wo dann abends auch die Begleitung kommen kann. Schon ab 16 Uhr. Schon ab 16 Uhr. Schon ab 16 Uhr, genau. Für 10 Euro. Ab 16 Uhr ist natürlich keine Goodie-Bag dabei und die Workshops sind dann auch schon rum. Genau. Aber man kann dann nochmal kurz über den Stand schlendern und abends mit uns feiern. Genau. Hier wollte ich nochmal ganz kurz zeigen, hier sieht man das auch nochmal recht gut, dass meine Seite hier von meinem Nähfüßchen hier auf der Raupe leicht aufliegt. Das ist wirklich, so nähe ich den Reißverschluss am liebsten ein. Also Wiederholungsstichtag nächstes Jahr scheint schon groß für Gärte zu sein. Also vielleicht können wir es ins Auge fassen. Genau. So, dann können wir noch einmal groß machen. Oder soll ich hier, ups, Salah. Liebe Stefanie, ja, kann man, da ist ein Stand, es gibt so einen Zipper-Einfädelhelfer. Ich muss sagen, ich hatte erst ein bisschen Schwierigkeiten, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert. Die haben da ein tolles Video dazu und jetzt kriege ich, ich habe es früher mal meinen Mann einfädeln lassen, jetzt kriege ich es auch drin. Und den kann man auch am Stichtag direkt erwerben oder ihr könnt mal bei Instagram vorbeischauen, da ist auch eine Homepage. Da gibt es den auch. Gut. Überall, unbedingt nächstes Jahr wiederholen. Also wir wollen erst mal Samstag hinter uns. Aber ihr wisst ja, nach dem Stichtag ist vor dem Stichtag oder so, gell? Ja. Also tatsächlich hat ja deine Tochter heute gefragt, was wir denn nach dem Stichtag machen. Die viele, viele arbeiten. Und dann ist ja quasi die Arbeit an dem einen Tag vorbei. Und da habe ich schon gesagt, nee, dann geht es weiter. Ja, dann geht es weiter. Ja, ich weiß, was da alles noch kommt. Ja. Haben wir schon gewisse Kleidung, Sandra? Nein. Eventuell. Also ihr werdet uns nicht so schnell los. Ach, Waldraubs. Mann fährt 700 Kilometer. Wow. So, ich muss jetzt hier nur mal ganz kurz. Zack. Kuttelmuttel, was war, habe ich irgendwie noch was überlesen bestimmt. Ja, also Susanne, der nächste Stichtag ist mit Sicherheit erstens nicht am Schulanfang und nicht, wenn Gahlbären fest ist. Unsere Nerven, ja. Oh, guck mal, die Yvonne, hallo Yvonne. Und was hat die denn für ein wunderschönes Reiß gezeichneten Sticker. Wir hatten das gemacht, sie sieht ja wunderschön aus. So, und die andere Hälfte vom Reißverschluss, die habe ich jetzt wirklich gesandwiched zwischen Innenstoff und Außenstoff. Habe ich das so dazwischen gelegt, auch wieder hier mit Klammern festgemacht und nähe das nun in einem Rutsch drüber. Dann ist es halt nur eine Naht und nicht wie eben, wo ich dann halt zwei Nähte dafür gebraucht habe. Die Sarah, hallöchen. Schön, dass du da bist. Oh, Qualität ist gerade sehr schlecht. Ist es bei jedem so? Liegt es an unserem Internet oder an eurem? Moment, ich muss ihn mal ganz kurz. Also ich muss sagen, wir sind ziemlich froh, dass wir es in Hühnfeld machen und aus dieser Berlin-Blase ein bisschen rausgehen. Ja. Und Hühnfeld ist auch super dankbar. Also es war jetzt ein ganz schöner Bericht von uns drin. Die haben ganz toll geschrieben und auch, dass wir das Regionale eben so bevorzugen, kam bis jetzt gut an. Ja. Hühnfeld ist bei Fulda. Hm. Genau. Und hier kann ich nochmal ganz kurz zeigen, auch hier habe ich wieder, sieht man das genau, das Ende vom Reißverschluss. Da fange ich wieder an zu nähen, damit ich den Zipper erst ganz zum Schluss wieder habe und da dann unter der Maschine hin und her bewegen muss. Marina, du hast uns nicht verpasst, du kannst uns nachschauen. Dann bleibe jetzt einfach dran und den Rest schaust später. Siehst du, und jetzt habe ich Vorführeffekt. Na klar. Es hat vorhin noch jemand geschrieben, mit der Gabel kann man auch einfädeln. Habe ich tatsächlich auch schon probiert, habe ich viele TikToks dazu gesehen, ich habe es aber nie so einfach hinbekommen. Das habe ich auch noch nie hinbekommen mit der Gabel. Aber ich habe wirklich schon etliche Reels und TikToks und so gesehen, wo das anscheinend funktioniert, nämlich bei mir. Und dann ist es jetzt so, sobald auch, siehst du, ich habe doch gesagt vorhin. Und nun? Jetzt ist es wieder da. Ah, du musst nur ein bisschen motzen, das ist eine fränkische Kamera. Das muss man mal ein bisschen anschauen. Ich habe jetzt die Klipse abgemacht und ich bin ein Freund davon, mir nun nochmal unter der Maschine, wenn ich es den Anfang genäht habe, nochmal wirklich richtig schön hier Kante auf Kante zu legen. Und auch hier, ich finde das einfach angenehmer, nochmal hier zu justieren. Hier wird, hier wird Dialektet. Kennst du einen A-Fern, der Schwarz? Ich kenne Orchkatzel-Schwarz. Gut. Ich habe Verwandtschaft in Bayern. Sag doch nicht Bayern. Da kennst du schon das Wort und dann sagt sie Bayern statt Franken. Ich glaube, das stimmt. Ich weiß leider, Neustadt an der Donau. Keine Ahnung, was das für ein Gebiet ist. Gut. Ich weiß es nicht. Man muss Gott für alles danken. Auch vor allem... Speziell. Nicht auch. Wir lernen das noch. Speziell wie ein Oberfranken. Nein, ein Oberfranken wird es den Leiter nicht geben. So. Dann haben wir die zweite Seite auch gesendwitscht. Und jetzt mache ich wieder, klappe ich die Stoffe wieder auf rechts. Ziehe den Außenstoff und auch den Innenstoff hier schön von den Reißverschlusszählchen weg. Bügel da drüber. Guck mal, wie schön mein Finger bügelt hat. Und so heiß ist der auch. Und so nicht. Genau. Moment, ich mache das kurz hier. Und dann nähe ich auch hier nochmal außen drüber, damit ich quasi die Stoffe wieder von den Zähnchen wegfixiere. Kein Mensch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das zeige ich jetzt. Frank vor, ja. So. Ich muss nur immer noch meinen Faden hier. Also es wird demnächst noch ein paar... Also ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Doch. Es wird noch sehr zeitnah ein Video von mir geben, denn es gibt krasse Veränderungen. Die teile ich euch damit. Veränderungen, Neuigkeiten, einfach... Oh Gott, ja mehrere. Oh Gott, es gibt so viel zu erzählen. Wenn ich immer... Ich bin eigentlich so der Typ, ich möchte immer alles rausklautern. Aber naja. So. Jetzt kannst du uns erstmal groß machen. Ist eignet. Ah, ich nehme die Nummer eins. Das sind wir wieder. So, ich mache das hier nochmal ein bisschen ordentlich und mache die Fäden ab. Machst du das sonst nicht? Doch. Aber heute ganz speziell und schön. Gibt es denn jetzt überhaupt noch Fragen zum Thema Reißverschluss erstmal? Genau. Vielleicht habe ich was überlesen. Das ist möglich. Das ist möglich. Wenn du im Redefluss bist, ne? Ich halte den Fluss. Ich bin die Stille. Die Monique vermutet schon was. Ja, ich weiß nicht. Ich sage es auf jeden Fall nicht. Aber ich würde ganz kurz gucken hier. Soll ich mal wieder auf die Nummer zwei, drei? Ne, das ist nur, ich habe eben... Sie will jetzt nicht zeigen, was ich jetzt hier rumfuschen muss. Okay, dann zeig es mal kurz. Komm, mach, mach. Und zwar habe ich eben hier beim... Ich wusste ganz genau, dass ich beim Kunstleder, wenn ich da meinen Stoff zu knappkantig hinten ranlege, dann zieht mir das meine Maschine nicht ein. Deswegen habe ich eben bei der Naht hier angefangen. Nun habe ich hier dieses Stückchen, wo keine Naht ist. Also habe ich den Stoff jetzt umgedreht und... Ne, da jetzt einfach nochmal drüber, weil ich halt meine Maschine kenne und weiß, dass sie mir das nicht einzieht. Erstmal, liebe Daniela, du kannst trotzdem alles fragen, wenn die Frage schon beantwortet wurde. Dann verweisen wir dich einfach am Anfang des Videos. Dann kannst du es später nochmal nachgucken. Dann weißt du, wir sind auf jeden Fall darauf schon eingegangen. Und ansonsten würden wir es noch beantworten. Und jetzt hat noch die liebe Katrin eine Frage. Wenn man kein Teilbahn hat, aber einen bräuchte für eine Jacke, was mache ich dann? Puh. Das geht nur mit Teilbahn, weil alles andere würde die ja unten... Rausfedern. Rausfedern. Man sieht uns gerade gar nicht. Kuma. Na ja, ja. Was ist mit der Kamera? Die kann uns heute nicht so gut fixieren. Das ist der Hintergrund. Die wunderbar, wunderschönen Wände. Vielen Dank an meinen Mann. Der hat nämlich ganz viele Ständerwände gebaut. Ganz viele Ständerwände, dass wir da... Und die sind jetzt noch weiß, aber die werden dekoriert. Nicht mit was, aber mit wunderschönen Sachen. Ja. Also ich denke einfach, wenn du eine Teilbahn brauchst, musst du dir tatsächlich auch eine Teilbahn kaufen. Also da ist... Weil du bräuchtest ja diesen Stopper und das spezielle große Ding. Genau. Ich habe es auch noch nie gesehen, dass man sich das nachträglich kaufen kann. Also da musst du einen kaufen und warten. Ja. Und hoffen, dass dann dein Projekt nicht zum Ufo wird in der Zeit, wo du wartest. In so ein Mäppchen hier kannst du einen nicht-teilbaren oder einen endlos Reißverschluss durchaus einnehmen. Das ist jetzt kein Problem. Das kannst du nehmen. Aber in Anorak, da brauchst du wirklich diesen speziellen teilbaren Reißverschluss. Genau. Ähm... Ich habe ein Reißverschlusspaket bestellt. Wozu brauche ich diesen verkehrten Reißverschluss? Welchen verkehrten? Ich überlege auch gerade. Ich hatte... Wie sieht er aus? Wie sieht ein verkehrter Reißverschluss aus? Wer hat das jetzt geschrieben? Oh, Stefanie. Ach, äh, hier. 10, 9, 8, 7, 6, Stefanie. Ich wäre auch zum Stichtag angereist, selbst wenn ihr nur zu Kaffee und Kuchen eingeladen hättet. Also du kannst gern Kaffee und Kuchen mitbringen. Es gibt keinen Kuchen, es gibt... Eis. 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 Aber hier aus einer kleinen Manufaktur, hier aus der Gegend, und auch vegan und nicht extra bestellt, die machen das. Es gibt auch nicht... Genau, ich habe... Ich bin nicht der größte Eis-Fan und bei der Bierverkostung... Ich habe Bierverkostung. Habe ich das Eis von dem gegessen und ich glaube, das ist das beste Hasenus-Eis, das ich jemals gegessen habe. Also wenn ihr bei unserem Stichtag sagt, ihr müsst euch das Hasenus-Eis holen, oh mein Gott, ich bin gestorben. Von den Eisheiligen, so heißt diese Manufaktur. Eisheilig, nicht scheinheilig. Nein, nicht scheinheilig. Und wo sie gerade sagt, Bierverkostung, tatsächlich gibt es hier... Ach genau, hol mal, genau. Hülfeld hat eine eigene Brauerei und wir werden... Ich muss mal was zeigen, muss man hier sagen. Aus dieser Huhnfeldbrauerei würde es den Tag Bier geben und die haben ganz viele tolle, unterschiedliche Sorten. Super coolste raus, es gibt so viele. Ja. Also das würde es auch geben. Jede Menge örtliche, kleine... Ne, das sind keine kleinen... Regionale Sachen. Regionale Sachen werden da unterstützt, genau. Uh, jetzt werden wir... Das können mir eh keine mehr unterscheiden. Jetzt ist es rum. Jetzt ist es rum, genau. Also ich zeige euch mal was cooles. Seht ihr diese grünen Zeichnungen? Kann man das gut... Schau mal, ich mache jetzt hier so... Ja. Das ist immer gut. Das ist der Wildkönig, oder? Dann gibt es zum Beispiel... Den habe ich bekommen. Den ist heller. Ja. Hier. Und das sind unsere coole Zeichnungen drauf. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Ja. Und dann gibt es auch Kärtchen dazu. Und auf den Kärtchen steht dann auch, was da drin ist und welchen Aroma und so. Genau. Also das wird es geben. Unter anderem natürlich auch noch andere Sachen zu trinken. Die zeige ich jetzt nicht, weil ich spiele auch wieder. Genau. Gut. So. Wie genau legt ihr den Reißverschluss, wenn ihr die Tasche zusammenneht? Ich bekomme irgendwie keine schönen Enden hin. Das machen wir jetzt so. Da komme ich jetzt so. Genau. Gut. In Zweifel einen neuen aus der alten Jacke raus drin. Auch eine gute Idee, wenn man keinen Reißverschluss da hat. Genau. Ich bin leider kein Biertrinker. Ich auch nicht. Ich weiß, das darf ich jetzt als Franke eigentlich nicht sagen, aber ich trinke überhaupt nicht gerne Bier. Und ich fand es lecker, weil da gibt es auch Sorten, die etwas nicht so herbst sind. Genau. Die nicht so herbst sind. Also man schmeckt trotzdem noch, dass es Bier ist, aber ist mal was anderes. Ich fand es lecker. Vielleicht kannst du zwei zum Mitnehmen kaufen. Bestimmt. Die ist ja auch, ich weiß, viele reißen früher an, die ist im Nachbarort, diese Brauerei. In Burghauen. Ich weiß nicht. Ich will noch und kann kein Alkohol trinken. Wir haben auch Alkoholfreie Sachen. So, das habe ich jetzt noch überlesen. Bus und Bahn. Frauen, Bier. Ja. Zierreißverschlüsse. Da näht man ja von oben auf den Stoff. Sollte ich den Rand dann vorher mit Zickzackstich nähen? Also wenn man einen Zierreißverschluss hat, dann ist doch da Spitze dran. Und die Spitze, die franzt ja nicht aus. Die ist ja, die, die. Also ich habe so ein Zier, falls du den meinst, mit dieser Spitze. Und die ist ja schon eingefasst. Genau, die ist eingefasst, ja. Und da kann man dann quasi. Noch vier Minuten bis zu unserer Stunde. Ach, wir meinen doch die spanische Stunde. Genau. Oder die italienische. Bevor ich jetzt weiter nähen kann, ist es ganz wichtig. Die Stoffkante. Ja. Die muss man manchmal versäubern. Ach, die Stoffkante. Okay, ja, danke. Ja, ja, das ist richtig. Das stimmt. Vor dem nächsten Schritt ist es ganz wichtig, den Reißverschluss öffnen, weil dadurch dann gewendet wird. Mir ist das tatsächlich neulich passiert. Mir noch was. Bei der Benita ihrer Slingbag. Oh, habe ich die schon eingepackt? Die ist von den Eingangssachen. Die haben nämlich ne Slingbag genäht. Und Benita ist unsere Eventorganisatorin. Future. Dame für alles. Also wirklich, die ist. Ja, und da haben wir auch ne Slingbag genäht. Und ihre Anforderungen waren, das Bier muss gerade bleiben. Genau, das heißt, ich habe ne Kühltasche quasi in die Slingbag integriert. Ja. Ja, also sie, hier bitte einmal. Die Nummer drei. Super. Also, das hier ist mein Außenstoff und das ist mein Innenstoff. Und die Stoffe liegen nun rechts auf rechts aufeinander. Und nun ist es ganz wichtig, dass die Reißverschlussenden Richtung Innenstoff zeigen. Beide. also die Seite genauso wie die Seite. Das muss in Richtung Innenstoff liegen. Nur dann werden die Ecken schöner. Die werden nicht hundert Prozent absolut eckig. Da ist trotzdem noch so eine Gleichkeit, aber so werden sie am schönsten. Aber wenn ihr euch mal anschaut, bei den ganzen genähten Teilen, die ihr kauft, also industriell genäht, das sieht das auch nicht immer alles so super genau. Also man kriegt das halt kleine Unebenheit, bleibt irgendwie immer noch da. Und ich mache mir dann gerne, wenn das hier richtig aufeinander liegt, rechts und links vom Reißverschluss eine Klammer hin, damit ich das dann hier fixiere. Und auf der anderen Seite ist ja mein Reißverschluss, da ist ja diese Metallkrampe. Und auch da muss ich die Enden Richtung Innenstoff legen. Also auf beiden Seiten. Moment. Verdeckter Reißverschluss das war jetzt gerade nochmal. Diese Reißverschlüsse, die du einnimmst, wo dann der Stoff oben drüber liegt, ist nur mal so, du brauchst nicht unbedingt einen verdeckten Reißverschluss, um einen verdeckten Reißverschluss zu nehmen. Das heißt, es gibt eine Technik bei Bleistiftdrücken, wie du das zum Beispiel ganz gerne, oder bei Kostümen versuchst du dann deinen Füßen. Na hier. Das ist richtig. Gibt es eine Technik, wie du einen versteckten Reißverschluss auch ohne den Reißverschluss an sich einnimmst. Du kannst also jeden normalen Reißverschluss zu einem verdeckten Reißverschluss machen kannst. Aber das macht es etwas einfacherer. Ich habe tatsächlich noch nie zu einem richtig verdeckten Reißverschluss genäht, weil ich ja auch selten in Kleidung Reißverschlüsse annehme. Ich schon. Und nämlich immer, wenn das Schnittmuster so blöd ist, dass ich denke, ach nee, dann mache ich mal lieber noch was rein, damit das dicke Schädel durchpasst. Ich fange nun auf der Innenstoffseite anzunähen. Also das ist meine Innenstoffseite und zwar am Boden, weil ich mir hier am Boden die größt mögliche Wendeöffnung lassen kann. Und ich finde gerade bei so einem kleinen Mäppchen durchaus auch 12, 15 Zentimeter dann schön. Man hat zwar hinterher mehr zum Zusammennähen, aber das Wenden ist leichter. Ne? Ja. Genau. Ich bin gerade im Lesen vertieft. Das Ding ist, ich schaue das live meistens nochmal danach an und sehe dann oft die Nachricht und ich denke, oh nein, jetzt hast du das gesehen, oh nein, du hast nicht geantwortet. Das geht mir fast immer so und ich versuche nichts zu überlesen, aber es klappt irgendwie nicht so. Es gibt natürlich auch noch den Trick, dass man die Reißverschlussenden mit Stoff nochmal einfassen kann. Ja. Man hat nicht so viele Lagen beim drübernehmen, das finde ich wichtig. Manchmal bei ganz dicken Sachen mache ich das schon, dass ich dann nicht extra nicht den Reißverschluss habe, sondern nur den Stoff. Es ist ein bisschen einfacher beim Wenden, damit du schöne Ecken hast. Und was ich auch schon mal gemacht habe, der Reißverschluss war fünf Zentimeter zu kurz. Dann habe ich auch einfach Stoff dran gemacht. Aber dann ist halt die Öffnung trotzdem nicht größer. Also man kann auch den Endlos-Reißverschluss ohne, dass man da vorne und hinten was dran näht, einnähen. Nur dann werden diese Ecken nicht ganz so schön. Wenn ihr da rechts und links dann die Stoff werden die Ecken schöner, aber die Breite, die ihr dann noch in eurem Reißverschluss habt, also die Öffnung dann hinterher, die wird etwas kleiner. Ja, klar. Also das muss man bedenken, wenn man zum Beispiel gerade für eine Tablet-Tasche und da so ein bisschen Spack näht, dass das Tablet in der Tasche dann hin und her rutscht, dann müsst ihr bedenken, dass euch da dann ein bisschen was flöten geht, wenn ihr die Enden da dran nehmt. Und wenn ich nun hier über den Reißverschluss komme, meine Maschine näht da eigentlich schon ganz gern drüber, also die hat da keine Probleme mit. Ihr könnt aber auch ganz vorsichtig das Handrad nähen, je nachdem, probiert das einfach mal aus. Also ich habe am Anfang ausschließlich mit dem Handrad das Ganze gemacht und jetzt mittlerweile nähe ich auch mal drüber. Es ist dann zwar irgendwie immer so ein sehr angespanntes drüber nähen, wo ich immer denke, okay, es hat geklärt, aber ich mache es. Daniela fragt noch, und was ist der Unterschied zwischen diesem Metallreißverschluss und Plastikreißverschluss? Da gibt es ja auch kleinere Zähne und größere. Das eine hat jetzt, also es gibt Plastik und Metall, aber auch bei Plastik und bei Metall gibt es unterschiedliche Zähnchen. Ja. Also ich sage immer, je größer, je derber ein Reißverschluss ist, desto größer sollte das Projekt sein, in das es eingenäht wird. Ja, definitiv. Und natürlich ist es auch so, je derber der Reißverschluss ist, desto, ich will nicht sagen haltbarer, aber robuster wirkt der auch. Genau. Gerade auch anorak oder sowas. Es geht nicht so schnell kaputt, sage ich mal. Ja, genau. Aber wenn man jetzt sehr elegante Materialien verwendet und dort einen großen Reißverschluss hat, kann auch manchmal so ein kleiner stehen, auch so eine kleine, dünne Raupe. Also das muss man wirklich ein bisschen nach Gusto machen. Ja. Katrin fragt noch, wenn man die Seiten zusammennäht und dann bis zum Reißverschluss nähen muss und es ist alles wulstig, was mache ich bei sehr dicken, holprigen Stoff? Naja, da wäre zum Beispiel die eine Alternative, dass du entweder Zähnchen ein bisschen wegschneidest oder dass du halt mit diesem Stoff arbeitest. Dann kannst du entweder dein ganzes Projekt ein bisschen größer machen oder du nimmst es halt in Kauf, dass dann die Öffnung etwas schneller ist. Und ich nähe ja nun hier einmal drumherum. Dann kann es auch sein, dass sich die Stoffe, wenn man nicht so geübt ist, hier drunter verschieben. Und wenn ich dann nun hier wieder zum Reißverschluss komme, dass ich hier eine Wulst habe. Das heißt, ihr könnt auch anfangen, erst mal nur die eine Seite zusammennähen, dann absetzen, natürlich am Anfang und am Ende verriegeln und dann die andere Seite zusammennähen, damit wirklich da alles gerade aufeinander liegt und dann erst die Bodennaht zusammennähen. Also das ist dann zwar ein paar Steps dazwischen, aber gerade für Anfänger ist das vielleicht einfacher. Genau. Daniela fragt noch, was wir bei einem kleinen Baby Softshell Jacke empfehlen würden, Plastik oder Metall. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Ich verwende, wenn ich ehrlich bin, da lieber Kunststoff. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, das ruckelt nicht so, das geht irgendwie geschmeidiger vom Reißverschluss zu. Und gerade beim Softshell, das Kinn wirkt oft sehr nass. Und ich habe da irgendwie, dann rostet es nicht, so habe ich in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht. Aber das ist Geschmackssache. Manche sagen halt lieber gar nicht. Selbst ich bei meinen Taschen, ich benutze auch lieber Kunststoff-Weißverschluss. Und was blinkt das? Könnte Akku sein. Machen wir ein bisschen schneller. Machen wir ein bisschen schneller. So. Okay. Einmal. Wie bewahrt ihr den Reißverschluss? Das ist übersichtlich auf gar nicht. Ich azutiere erst mal nach Größe. Du kannst mal jetzt groß machen. Also, ich habe nun hier alles zusammengenäht und habe mir hier die Wendeöffnung gelassen. Und da kann ich nun einmal durchwenden, weil ich habe ja auch meinen Reißverschluss aufgelassen. Ich mache jetzt hier keine Bodenabnäher. Es ist ein einfaches Mäppchen. Es ging ja jetzt nur in den Reißverschluss. Wenn man möchte, kann man jetzt hier natürlich auch noch Bodenabnäher reinmachen. Reißverschlüsse bewahre ich auf. Ich habe, das wollte ich schon ewig mal zeigen und ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich habe so eine spezielle Aufbewahrung, das seht ihr oft bei mir in Videos so nebendran unter meinem Schreibtisch. Und da habe ich auch die Reißverschlüsse drin. Das sind eigentlich Klassik-Schubladen. Und da habe ich eine Box drin, wo ich die Endlos-Reißverschlüsse aufgerollt habe. Und alle anderen habe ich flach drin liegen und so grob nach Größe geordnet. Also ich habe quasi für meine 20 cm nicht teilbaren Reißverschlüsse in der Extra-Box für meine 25 cm, für meine 30 cm. Da habe ich dann die Farben immer in Tütchen drin sortiert und den Endlos-Reißverschluss, die habe ich quasi in einer Extra-Box dann liegen. Meine Boxen sind schon recht groß. Okay, ich verbrauche auch viel Reißverschluss. Manchmal ist es mehr wie ich. Ich bin nur lieber immer Knöpfe. Und Ja. Hier, kannst du das jetzt mal da in die Kamera zeigen? Guck mal, wie schön jetzt zum Beispiel das hier schon aussieht. Mein Monk schreit ja ein bisschen, aber das hast du sehr schön gemacht. Ja. Also das ist jetzt da der Reißverschlussanfang und da sieht das soweit schon recht schön aus. Und auf der anderen Seite beim Reißverschlussende, das ist dann eigentlich immer das, was etwas unschöner aussieht. Was? Unschöner. Beim Reißverschlussende. Auch auf der anderen Seite. Und zwar ist es da jetzt. Das habe ich nämlich auch noch nicht gewendet. Und da jetzt muss man richtig, guck mal, man sieht dich nicht. Ich versuche ja gerade einen Reißverschluss zu wenden. Genau. Da richtig schön mit dem Finger da in die Ecke rein und das rausziehen. So wie ihr das jetzt bei der Tanja seht. Und dann ein bisschen ausformen. Und dann ist die Ecke auch da am Ende schön. Also das kann schon eine Böschenkraft brauchen. Ich nehme da immer eine Schere. Ich habe hier eben deinen Stift genommen. Also ich nehme auch gerne einen Kantenformer dafür. Ich besitze keinen. Darf ich das laut sagen? Ich besitze immer noch keinen Kantenformer. Nee. Nein. Gerade bei kleinen Tischchen. Daniela, wenn du eine Jacke nähst und der Reißverschluss ist etwas zu lang. Ich schneide den ab. Was genau? Wie verstecke ich das abgeschnitten am besten, wenn ich diesen Stopper dann nicht mehr dran habe? Du nähst es ja einfach mit ein und dann zieht man es nicht mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn er zu lang ist und du ihn abschneidest, dann nähst du es ja mit ein. Man kann... Hier, das müsste ja dann hier drin verschwinden. Siehst du das? Ist ja jetzt eigentlich egal, wie lang... Genau. Ob da nun die Raupe bis hinten in die Seitennaht geht oder aber dieses überstehende Stückchen. Svenja, ich habe es gesehen. Sieht Druck. Nein, das ist mit Stoffstiften. Ja. Maybe. Gibt es dazu mehr im Stichtal. Ja. Genau. Wie nähe ich mit über einen Metallreißverschluss? Am besten mit dem Handrad. Ja. Genau. Gib mir das nochmal kurz. Wie sieht denn das hier aus? Ja. Es ist spät. Es ist spät, die Stunde ist schon früh. Ja. Wir müssen nämlich zum Schluss kommen. Wir haben nämlich heute einiges vor. Ach, genau. Mach du das mal. Ich mache jetzt hier nur die Wendeöffnung zu. Ich hole mal raus. Ja. Gibt noch was zu gewinnen hier. Gibt noch was zu gewinnen. Das ist nicht drin, ne? Das ist nett. Nee, das ist nett. Oh, da liegt noch was. Das müssen wir... Das wolltest du noch mit einnehmen. Das hast du jetzt vergessen, ne? Ja. Meine harte Arbeit. Ich hole es. Das ist das hier, Alter. Heute geht es doch um mich hier, oder? Sandra wollte nämlich eigentlich noch ein Label reinmachen. Ja. Halt es doch mal in die kleinen... Ach, da. Guck an. Grems, Grams. Grems. Und maybe gibt es auch dazu... Maybe. Vielleicht beim Stichtag... Also es gibt ja eigentlich schon mal ein Video an erster Stelle auf meinem Kanal dazu. Ja. Aber vielleicht gibt es am Stichtag da auch noch mehr. Kleine. Dann wirst du zum Stichtag wohl viele Kannefamme bekommen. Ich würde einen mitbringen. Gut. Ich habe da noch was für euch. Die kleine Verlustung. Und zwar gibt es von einfach Spitze. Wer den Shop noch nicht kennt, der ist einfach Spitze. Der war super plum. Da gibt es super viel Tüdelkram. Und es sind so kleine Päckchen. Und davon gibt es zwei Stück. Das sind unterschiedliche Sachen. Also wenn ihr auch zum Stichtag kommt, vielleicht ist da auch eine Rufung da drin. Macht nichts, weil da ist überall was unterschiedliches drin. Das gibt es einmal zu gewinnen. Also je ein Päckchen. Wir verlosen zwei. Zwei. Zwei Leute. Also zwei. Es gibt heute zwei Gewinner oder Gewinnerinnen. Gewinnerinnen. Und das wo ist? Gewinnen. Mehr. Mehr. Gott, die Wortwitz ist. Wir dürfen immer so spät ein Lied machen. Und eine wunderschöne Karte von Snapply. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist meinem Kanal natürlich zu folgen. Gerne auch Sandras Kanal. Den habe ich unten verlinkt. Den Video. Danke schön. Ein Däumchen nach oben. Da lassen. Und in die Kommentare schreiben. Nee. Was schreibt man denn in die Kommentare? Was soll das schreiben? Was schreibt man denn in die Kommentare? Was ihr im nächsten Live sehen wollt. Genau. Was ihr im nächsten Live gerne sehen möchtet. Das ist eine gute Idee. Ja. Also nicht jetzt hier in den Chat, sondern dann, wenn das in die Kommentare reinschreiben, was ihr nächstes Live gerne sehen wollt. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Genau. Jetzt nicht reinschreiben, sondern wenn der Livestream beendet ist, dann schreibt ihr in die Kommentare. Und wir losen dann nach dem Stichtag aus. Es wird zwei Gewinner geben. Und jetzt gucke ich nochmal. Es kamen noch ein paar Fragen. Mit Endlos-Reißverschluss hätten wir das Session genauso genäht. Ja. Ja. Genau. Da hätte ich sogar vom Endlos-Reißverschluss, du hast es im Slingbeck-Video, glaube ich, gesagt. In irgendeinem Video hast du es auch mal gesagt. Den Reißverschluss immer ein bisschen länger als das Projekt, weil dann ist es ein bisschen einfacher. Wenn der Reißverschluss ein bisschen länger ist als das Projekt, dann könnt ihr euch den Sipper außerhalb der Naht hinziehen. Dann ist der hier. Und müsst unter der Nähmaschine nicht hin und her foteln und den Sipper hin und her schieben. Ist einfacher. Ja. Die Katrin fragt noch, ob am Stichtag gefilmt wird. Überall. Du kannst zu unseren Videografen hingehen und vielleicht den Wunsch äußern, dass du nicht so gern draufsehen willst. Aber er filmt natürlich auch oft Workshops und so weiter. Das ist schwierig zu machen. Und selbst wenn unser Videograf nicht filmt, sind, glaube ich, noch einige andere Blogger etc., die das Handy auspacken. Also ich glaube, man kann es nicht vermeiden. Man kann es nicht vermeiden, genau. So. Und kann mir kein... Oder wollen wir das da? Oh, Sandra. Was denn? Ich weiß nicht. Isabel, du weißt, die sieht dich ja am Samstag, gell? Also ich bin vorsichtig. Isabel würde nämlich gern sehen, wie du eine Pumphose nähst. Isabel, Challenge accepted. Isabel, dann nähst du aber die Sling weg. Dann machen wir das doch ganz einfach. Du bringst doch wunderschöne Stoffe auf den Stichtag mit und dann suchen wir uns mal was aus und dann mache ich da ein Video draus. Also wie das richtig genäht wird. Tanja zeigt Sandra, how to Pumphose nähen. How to Pumphose nähen. Mach ich. Und ich glaube, ich verzweige mich. Mit Eingriff-Taschen. Ja. Was? Mit Paspeltaschen. Ich weiß, vorhin, irgendjemand hat auch die Tasche genäht und ist auch an diese Paspeltaschen verzweifelt. Wir machen eine Pumphose mit Paspeltaschen. Nee, das würde ich nicht. Du würdest dich ja nie wieder an die Nähmaschine sagen. Sandra kocht jetzt nur noch auf ihrem Kanal. Nee, das geschickt dir nicht. Also, ja, machen wir. Einen wunderschönen Stoff. Also, du hast ja genug zur Auswahl. Da wird die Wahl schwierig werden. Und dann nehmen wir daraus ein wunderschönes Pumphöschen. Also, ich versuch's. Ja. Ich versuch's. Helga, selbst wenn Fotos sind, kann man irgendwie nicht zuordnen, dass das ja du bist. Da stehen ja keine Namen dazu. Vielleicht gibt es dir das ein bisschen. Und du kannst gerne auch unseren Videografen ansprechen und sagen, was du es nicht möchtest. Aber wir haben halt nur den Einfluss beim Videografen drauf. Alle anderen dürfen wir ja natürlich auch freiführen. Genau. Gut. Hat noch jemand eine Frage? Sind wir noch scharfe, scharfe? Häufel bauen. Bitte zeig doch mal viel von der Waren, bitte. Mein wunderschönes Werk. Wunderschöne Werk. Schau. Schau. Können wir mal festhalten, dass ich farblich perfekt passe? Ich würde jetzt gerne noch meine Füße in die Kamera halten. Das sieht aus wie so eine Klatsch. Sieht das nicht? Wunderschön aus. Die trage ich zum Stichtag. Ja. Das ist jetzt meins. Das kriege ich, das ist mein neues Schminknäbchen. Ja, gerne. Kannst du haben. So, ist mir. Oh, hätten wir das verlosen sollen? Nee, ich nehme es lieber selber. Guck mal, wie schön. Und seht ihr die Ecken, wie toll die ausgefahren sind? Ja. Also sie sind irgendwie kein richtig 90 Grad, aber einwandfrei. Das ist halt das Schöne bei den nicht teilbaren Freiferschöten. Guck mal, wie schön das hier aufgeht. Das sieht echt sauber aus. Ich freue mich. Ich auch. Sie ist der Hammer, wie meine Nägler zu passen. Ja? Gut. Gab es noch Fragen? Dann gucke ich jetzt auch mal rein. Der Akku ist nur von der Lea, die hier drauf ist. Hier drauf. Aber ich bin ja jetzt fertig. Featisch, featisch. Die ist wirklich schön. Also mir gefällt das Pink mit dem Jade. Ja, das ist Jade. Das ist das Kunstleder von Swafing und das hatte ich vom Tante Poppins. Das ist aber dieses gesteppte Swafing hat ganz oft. Das ist das Kunstleder. Ach so, Swafing bei Tante Poppins. Genau. Also Swafing ist ja die Stoffmarke und Tante Poppins ist der Stoffladen. Und Swafing hat ja ganz oft dieses gesteppte. Darfst du unser Stichtaktbild für einen Mühl zum Stichtakt benutzen? Darf ich euer Stichtaktbild? Generell ja. Also halt immer schön, wenn wir verlinkt werden. Da freuen wir uns drüber. Aber gerne, ja. Aber sehr gerne. Ja. Springst du Schnittmuster von der Pumbe mit? Ja, mach das bitte, Isabel. Ich habe kein Schnittmuster von der Pumbe. Ich habe ganz viele. Na gut. Aber machen wir mal. Kriegen wir hin? Gut. Haben wir irgendwas vergessen? Noch dreimal schlafen, Sandra? Morgen geht es dir ein Druckstüttel. Also auf morgen freue ich mich wirklich schon riesig. Endlich auspacken, alles hinstellen, dekorieren ist dann, die Feinschliffarbeit ist dann deine Aufgabe. Ja. Ich mache gern so, wie alles aussehen soll. Du kannst das schön dekorieren. Du kannst dich da auslassen. Ja. Ja. Ja, Melanie kommt auch. Die hat sogar, dank euch, weil sie diese Energie auch merkt, die wollte eigentlich am Abend abreisen und hat gesagt, nee, die Party kannst du nicht hingehen lassen. Hat noch umgebucht. Ja. Gut. Wir sehen einige am Samstag. Ich freue mich total. Ich hoffe, dass ich ganz viele Namen noch zuordnen kann. Und ganz wichtig, am Eingang gibt es dann ja auch Namensschildchen. Also schreibt eure Namen drauf. Wir haben alle was davon. Es ist einfach schön, wenn hier der Name steht. Vielleicht auch so ein kleiner Stichpunkt. Ach, ich bin die von. Und dann ist es einfach schöner, wenn man sich dann wirklich genau weiß hier. Genau. Ansonsten, alle, die wir nicht am Samstag sind, nicht bezweifeln. Wir kommen. Wir sehen uns jetzt in meinem Live. Und vielleicht, genau, wenn ich dieses Mal vielleicht wann anders oder vielleicht auch zu anderen möglichen. Es wird toll, wenn du, ich muss dich mal bremsen. Nein, Schatz. Ganz viel Willkommen am Samstag. Ich bin, lasst den Video-Ein-Deutsch wieder runter. Und wir freuen uns. Und dann würde ich sagen, habt einen wunder, wunder, wundervollen Abend. Das nächste Mal stoßen wir wieder mit euch an. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich eventuell nächsten Mittwoch. Ja. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.